Ich bin jetzt hier auf dem Weg zu den Boys, denn wir werden jetzt gleich für Jakob Grün, einen Influencer, shooten. Und zwar macht er seiner Freundin eine Überraschung. Ich glaube, ich würde mal die Jungs einfach jetzt anrufen. Yo, man! What's up, man? What's up, man? Wo seid ihr? Wir sind am Mainstein. Wo ist der Depot? Könnt ihr machen. Du bist hier neben dem Parkplatz, ne? Ja, genau. Ich bin jetzt hier am Parken. Okay, dann kommen wir zu uns. Ja, okay, bis gleich. Tschüss. Test in 1, 2. Test in 1, 2. Test, test. Ja, es läuft, es läuft, es läuft. Ist der Stereo, Matto. Wieso denn? Ich habe auch ein Polo gemacht. Aha. Hallo. Wir sind am Störtingeinstein Kaffee. Geile Getränke. Geile Jungs. Geile Stimmung. ich bin der lupo ich bin der moderator für heute na was geht bei dir heute stellt mal was süßes vor und zwar es wurde heute ein antragsvideo gemacht natürlich time das klärt alles gemacht die bilder hatte markt videos was machst du ich weiß gar nicht ja ich glaube ich habe auch mit aufnahmen auf also cute einfach das stehen und machen als ob er was macht aber das ist einfach deswegen ist das so schön angezogen der jungen geht feiern so jungs wir werden mal mit euch durchgehen ihr wollt mal sehen was heute einfach umzusetzen wird ja das wird eine geile video von wir vergessen bitte überlegt mal euch mal das video zu liken eure meinung zwischen die punkte ob man in die kommentare zu stellen und natürlich kann es ganz wichtig aber einfach abonnieren alter ja subscribe to this fucking bitch you know it is timeless let's go das allerwichtigste leute aktiviert die glocke kennst du dieses gefühl wenn du zum ersten mal im stream gehst nach einer langzeit oder zum ersten mal hat denkst du nach einem tag oder ich hab jenes kennst du das nein ich schwimme ich nach einem tag man bist du ein lauch geworden man bist du ein lauch geworden die go pro hier jetzt bist du dran komm ein bisschen ne ich bin kein rapper ja 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 Warum hast du mein Mikro geklappt? Ich liebe es nicht. Warum bist du gay? Was machen wir, ja? Slow-Motion Content, ja? Genau. Bereit? Okay, so. Drei, zwei, eins, go! Leute, jetzt sind einfach viel zu viele Leute! 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 Und jetzt so? Ist mit Bart. Du, 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 du! Wie alt sind wir noch? So! Weiter! Oh mein Gott! Also, hier wird alles stattfinden. Ich kann mal kurz rum zeigen, wie es so krass aussieht. So, voll krass! Ein T-Pay, wenn du an den Anhalt... U-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Ich glaube, das war so eine schlechte Idee, dass jeder so ein Mikro bekommt, weil man hört einfach komische Sachen. Mal am Büro shooten. Genau. Ich höre, es war echt eine schlechte Idee, solche Mikrofons zu haben. So, genau, wir sind gerade am... So, Leute, die Location ist heftig. Das ist ein Aufruf. Wer will mich heiraten? Ich habe plötzlich bei uns zu heiraten. Au, Appelgut. Okay, Bruder, Bruder, das ist die Aftershop-Adi. Ich bin der Luftball, ich bin dabei. So, die Location ist so krass, ich habe auch Bock zu heiraten. Das ist ein Aufruf für euch, meldet euch bei mir, wer heiraten will. Hä, ich bin der Uwe. Okay, jetzt nochmal ganz, ganz normal. Nein, nein, nein. Ich hoffe mal, das klappt alles. Wir werden jetzt alles drinnen gleich aufbauen, an Equipment. Das Mikrofon hat, das ist, glaube ich, nicht gut. Wir werden mal langsam anfangen. Wir fangen mal langsam, uns zu... Falls wir das noch nicht erwähnt haben. Ich glaube, es macht keinen Sinn, alles zu erklärt. Es wird was geschüttet. Viel Spaß beim Gucken. Tschüss. Maxi kommt um 19.30 Uhr. Wir haben gerade 18.39 Uhr und wir sind die ganze Zeit im Vorbereiten, damit alles steht. Es wird auf jeden Fall mega lustig, mega interessant. Denn das wird ins Video reingeschnitten. Also Leute, wir melden uns später und schaut euch mal das an. Das sieht doch voll süß aus. Voll süß. Bis zum nächsten Mal. Das ist alles gut gelaufen. Jakob hat Maxine einen Antrag gemacht und sie hat glücklicherweise Ja gesagt. Was? Wir sind auf jeden Fall am Start, weil wir jetzt Hunger haben. Ja, erstmal was essen. In diesem Sinne, vergiss nicht zu kommentieren, abonnieren, zu liken. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bis zum nächsten Mal.